Sensation! NMS Burgschall feiert ihren ersten selbst kreierten Schokoriegel namens Emsnake. Wir schalten direkt in die Produktion zu einem Live-Interview mit Leiter Fritz Hofmacher. Wie sind Sie auf diese sensationelle Idee gekommen? Als sich eine Klasse im Kochunterricht kreativ ausdoben wollte, kam es zu einer Kombination aus Nuss-Nougat-Creme und einem Hauch von Banane. Auch die Schüler sind vom Emsnake begeistert. Tim, was sagst du dazu? Ich hätte nie gedacht, dass aus dieser Panne so etwas Leckeres und Großes entstehen kann. Danke für die Interviews. Zurück ins Studio.